Liebe Zuschauer der Zeit zur Lupe, ich habe heute einen besonderen Leckerbissen. Ich bin im Büro unseres Amtsleiters Herrn Rainer Helms, der jetzt bald in den Ruhestand geht. Und er hat uns erlaubt, oder er spricht mit uns noch heute ein paar Sätze und erzählt uns was über die Vergangenheit dieses Amtes, vom Ist-Stand und vielleicht von der Zukunft. Und dieser Erfahrungsschatz eines erfahrenen Menschen ist eigentlich sehr wichtig, auf solche Leute zu bannen. Freuen wir uns auf ein schönes Gespräch. Dankeschön. 25 Jahre im Amt der Umweltbehörde des Burgenlandkreises, eine lange Zeit. Begonnen hat alles 1990, im Herbst 1990 als jung, dynamisch, aber ohne große Kenntnis in der Verwaltung angehender Diplom-Geologe plötzlich Chef einer Umweltverwaltung nach westdeutschem Vorbild, war nicht einfach. Meine vorhergehende Tätigkeit war in der Braunkohle, 15 Jahre als Geologe. Und dann ab Oktober 1990 leider des Umweltamtes des Altlandkreises Zeitz bis 1994 dann für den Burgenlandkreis, zuständig für alles, was mit Umwelt zu tun hat, angefangen vom Naturschutz, Wasserbehörde, Emissionsschutz, Abfallwirtschaft, Bodenschutz und ab 2007 mit dem jetzigen Landkreis nur noch zuständig für den Naturschutz und die Wasserbehörde. In dieser Zeit hat man natürlich viele, viele, viele Erfahrungen gesammelt, hat viele Leute kennengelernt, hat mit vielen Firmen Kontakt gehabt, hat sich viel mit Themen herumgeschlagen, die nicht immer einfach waren, auch für einzelne Bürger, denn die Verwaltung der Umwelt bedingt auch, das muss man sagen, positive Genehmigungen, aber auch teilweise negative Dinge. Das ist alles nicht spurlos vorbeigegangen, aber ich habe diesen Job sehr gerne gemacht. Ein besonderes Thema, was ich mir auf die Fahnen in der letzten Zeit geschrieben habe, ist natürlich noch das Thema des Naturschutzes. Vielleicht haben es schon verschiedene Leute gesehen, es gibt also verschiedene Beweidungsprojekte zum Beispiel. Man kann also in Freiburg, oberhalb von Freiburg, diese Tiere besichtigen, die dort auf Naturschutzflächen eine Beweidung durchführen im Sinne des Naturschutzes. Im Zeitser Forst kann man es sehen, man kann es auch an anderen Stellen sehen, in der Region Weißenfels in Keiner Süd. Das sind also Themen, die mich besonders im Nachhinein erfreuen, weil neben der eigentlichen Verwaltungstätigkeit will man auch in irgendeiner Art und Weise praktische Dinge umsetzen, die dann auch in der Natur wirken. Ich will auch sagen, dass viele Dinge in der Vergangenheit besonders schwierig waren. Das ist die ganze Frage der Umrüstung der kleinen Kläranlagen. Jeder musste Geld in die Hand nehmen, jeder musste eine Biologie, dort eine biologische Kläranlage sich anzulegen. Das sind alles Dinge, die nicht immer einfach zu umschiffen sind, die auch viel Kraft erfordert haben. Und ich denke, wenn man das sieht, geht das natürlich auch nur mit guten Mitarbeitern. Und ich muss sagen, ein gutes Team an meiner Seite hat sich hier wirklich dazu aufgeschwungen, in den vielen Jahren auch qualitativ die Arbeit in guter Form hier abzuerleisten. Und ich denke, das Umweltamt ist im Burgenlandkreis ein Begriff oder die Umweltbehörde. In den letzten sieben Jahren war es ja getrennt. Mein Kollege Herr Dietrich Trebs hat die Abfallwirtschaft Emissionsschutz durchgeführt, ich diesen Naturschutz-Wasserteil. Ab 1.1.2016, so wird es kommen, wir beide gehen ja Ende des Jahres, beziehungsweise ich jetzt in den nächsten Tagen in den Ruhestand, wird es also wieder ein Umweltamt im Burgenlandkreis geben. Das Umweltamt wird dann von einer Chefin, Frau Dr. Körner, geleitet. Und ich denke, und wir haben in den letzten Wochen uns bemüht, hier die Einarbeitungsphase durchzuführen. Und ich bin guter Hoffnung, dass das gelingt und dass hier ein leistungsfähiges, schlagkräftiges Umweltamt in der Verwaltung des Burgenlandkreises allen, den Bürgern und auch den Firmen, zur Verfügung steht. Ein besonderer Schwerpunkt der Tätigkeit war natürlich das Hochwasser vor zwei Jahren. Das war eine Herausforderung und das wissen alle, die hier auch in der Zeit der Region tätig waren. Das sind Dinge, die also, sagen wir mal, weit über dem normalen Maß hier Schaden zugefügt haben. Und wir haben gemeinsam mit den Kommunen, gemeinsam mit uns, wurde versucht, hier zu reagieren. Ich kann aber eins sagen, und das ist das besonders Erfreuliche, aus diesen ganzen Ereignissen hoffe ich und wünsche mir, dass also diese Rückschlüsse, die hier gezogen werden, auch schnell umgesetzt werden. Also die entsprechenden Hochwasserschutzmaßnahmen, was die Bevölkerung ja wünscht, dass das umgesetzt wird. Allerdings muss ich sagen, und da muss ich auch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz in Schutz nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, es erfordert alles eine sorgfältige und ausführliche Planung. Das ist im deutschen Recht nicht zu umgehen. Und deshalb bitte ich auch um Verständnis und werbe auch um Verständnis, dass gemeinsam mit der Stadt Seitz, die ja diesen Hochwasserschutzbeirat gegründet hat, wo die Themen auch erläutert werden, wo sie auch mit der Politik diskutiert werden, dass dieses Thema praktisch breit diskutiert wird. Aber ich bitte um Verständnis, hier wird wirklich zügig gearbeitet, aber nur im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten. Das ist also ein wichtiger Aspekt aus meiner Erfahrung. Und in diesem Sinne wünsche ich, dass beim nächsten Hochwasser die Hochwasserschutzanlagen, auch die Rückverlegung von Deichen und andere Maßnahmen, die hier mit viel finanziellem Aufwand geplant werden, umgesetzt sind und dass praktisch der Kelch, der an uns nicht vorbeigehen wird, also es wird immer Hochwasser geben, dass er aber so vorbeigeht, dass es also nicht zu diesen extremen Auswirkungen und Schäden kam, wie in der Vergangenheit. So, was macht ein Amtsleiter in der Zukunft? Das ist natürlich auch eine Frage. Nach dieser doch sehr intensiven Tätigkeit über 25 Jahre mit einem großen, leistungsfähigen Team an meiner Seite, fragt man sich, wenn der nächste Wochenbeginn da ist, was macht der Helms dann eigentlich? Also meine Zielstellung ist die, und ich denke, das ist auch eine dankenswerte Aufgabe, dass das Thema Naturschutz hier weiter von mir mitbetreut wird. Ich bin persönlich zweiter Vorsitzender in dem Landschaftspflegeverein Mittleres Elstertal, der ja auch Mitglied im Landschaftspflegeverband des Landes ist und wir versuchen mit unseren bescheidenen Möglichkeiten das Thema Naturschutz weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Ein großes Projekt ist, und ich denke, das wird in dem nächsten Jahr auch die Öffentlichkeit erreichen. Wir haben uns also das Ziel gestillt, eine zweite Glasarche zu errichten, eine Glasarche, die es schon im Nationalpark Bayerischem Wald gibt. Ich habe persönlich einen guten Draht zu dem Glaskünstler und es ist dem Verein gelungen, die Finanzierung zu sichern. Das heißt, dank vieler Sponsoren aus dem ganzen Burgenlandkreis ist die Finanzierung jetzt so stabil und der Unterstützung der Umweltstiftung Sachsen-Anhalt, dass wir diese Glasarche errichten werden. Es ist also praktisch eine Sache, die ich vielleicht noch nicht mal so in die Öffentlichkeit tragen möchte, wie sie aussieht. Es ist ein Boot, circa fünf Meter lang, aus vielen, vielen Glasscheiben zusammengeklebt, das medial aus meiner Sicht dem Gedanken des Schutzes der Natur sehr nahe kommt. Diese Glasarche wird gehalten von einer hölzernen Hand und da ist also vorgesehen, ein Künstler auch aus der Region zu binden und ich freue mich schon, diese Sache begleiten zu dürfen und ich denke auch, dass die Zeit zur Lupe dieses Projekt auch in der Entstehung begleiten wird und wir sie hier umfassend informieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist natürlich die Bergbau-Volgelandschaft. Ich denke, in den nächsten Jahren wird es hier notwendig sein und das machen wir schon als Behörde. In guter Zusammenarbeit mit der MIPRAG geht es um die Gestaltung der Bergbau-Volgelandschaft. Die Bergbau-Volgelandschaft sind Dinge, die vielleicht man hier noch nicht erahnen. Zum Beispiel der Tagebau Schwerzau wird ja jetzt schon in den nächsten Jahren geplant. Wie sieht die Landschaft mal auf großen Flächen in den nächsten 15 Jahren aus? Die Landschaft wird sich stark verändern, aber ich denke auch zum Positiven. Wir werden also hier eine ganz andere Landschaft am Rande der Stadt Zeitz besitzen und es lohnt sich hier auch, dass sich die Kommunen mit einbringen und wir gemeinsam mit der MIPRAG diese Gestaltung dieser Landschaft diskutieren und auch dann ordentlich planen. Und ich denke, da wird sich der Landschaftspflegeverein als Partner, was das Thema Naturschutz betrifft, mit einbinden. Also ich werde weiterhin engagiert sein für den Naturschutz. Ich möchte auch mich engagieren für die Stadt Zeitz mit dem Thema Naturschutz. Und ich werde auch weiterhin tätig sein, gemeinsam mit der Heinz-Siermann-Stiftung, was vielleicht auch nicht jeder weiß, die jetzt sehr eng auf unsere Vermittlung hin mit der MIPRAG zusammenarbeitet in der Heinz-Siermann-Stiftung, um hier unsere Berglauer Folgelandschaft zu einer erlebnisreichen Naturlandschaft zu gestalten. Die MIPRAG selbst ist, und das bestehen natürlich für einen Amtsleiter sehr gute Kontakte, ist ja also zu dieser Zusammenarbeit bereit. Und wir sind hier auf guten Wege, eine Landschaft zu gestalten, die man vielleicht in 15 oder 20 Jahren gar nicht wiedererkennt. Und in diesem Sinne wünsche ich auch der Stadt Zeitz, dass sie sich weiter sehr gut entwickelt. In diesem Sinne möchte ich mich noch für das Interview bedanken und danke auch Herrn Treplow für die Unterstützung. Vielen Dank.